Moin Moin und herzlich willkommen zu City Skylines. Schön, dass ihr da seid. Unsere Abschlussstaffel zu diesem Spiel, denn dieses Jahr soll ja noch City Skylines 2 erscheinen. Und beim letzten Mal, ihr habt es vielleicht mitbekommen, da haben wir unser erstes mega großes Infrastrukturprojekt gestartet. Irgendwie kommt das Wasser gerade zurück. Und zwar haben wir einen Staudamm gebaut, der aber noch keine Ausgangsleistung hat. Denn dieser Staudamm muss auf die gesamte Höhe bis hier hinten. Erstmal das gesamte Wasser stauen. Das dauert und dauert. Es ist schon ein kleiner Bereich geflutet, aber das wird noch mehr. Wenn wir mal so gucken auf die Höhe, also das wird hier, dieses Tal wahrscheinlich komplett fluten. Ah, die Insel vielleicht nicht. Ich bin sehr gespannt, wie das mal aussehen wird, aber das dauert. Warum auch immer das Wasser zurückkommt? Seien das hier einen, so ein Wasserpunkt, lol. Den nehmen wir mal weg, das wollen wir nicht. Das Wasser soll von oben kommen, das heißt, diese Pumpe fällt dann trocken. Wir haben aber ersatzweise hier hinten schon eine gebaut gehabt. Und das scheint auch erstmal noch so zu funktionieren. Zusätzlich zu diesem Projekt des Staudamms, der irgendwann mal relativ viel Strom produzieren soll, haben wir hier übergangsweise erstmal einen Aufwind-Solaturm, beziehungsweise nicht übergangsweise, sondern der wird wahrscheinlich auf Dauer hier stehen bleiben, der einfach mal 300 Megawatt bringt. Wenn ich jetzt mal schaue, so viel sollte der gar nicht bringen, ne? 240 sind gedacht, er bringt aber direkt mal mehr, weil die Sonnenintensität hoch ist, weil ich glaube, ich die Wolken ausgestellt habe. Kann das sein? Gucken wir mal. Ne, er bringt genau so viel. Naja, okay. Das? Wo noch mehr so Institutionen rumkommen, rund um vielleicht Energie oder sowas, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Und hier gibt es den Straßenanschluss an. Die Autobahn nehmen wir ja schon länger auch geplant hatten jetzt. Dadurch, dass wir das Gebiet hier oben bekommen haben, geht es aus der Industrie genau oder ganz direkt hier zur Autobahn, raus aus der Stadt oder auch hier drauf und dann hier runter, ohne dass die alle hier noch durch die Stadt müssen. Natürlich, all der Verkehr, der von hier kommt, der wird das wahrscheinlich als Abkürzung nutzen, hier durchzufahren, anstatt außen rum rum auf der Autobahn. Das ist halt einfach so. Aber wir sehen ja, der Verkehr hat hier schon abgenommen. Hier ist noch relativ viel los, weil diese Agrarding natürlich über diese Fläche fährt. Aber ich finde, es ist okay für so eine große Straße. Ist der Verkehr da doch ganz gut. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen Industrie fertig bauen können. Ich habe es beim letzten Mal schon erwähnt. Ich hatte die Mods aktiviert. Die waren per anderer Mod deaktiviert, weswegen das nicht funktioniert hat. Jetzt haben wir sie drin. Und können das Ganze eben dann auch nutzen jetzt. Finde ich super. Und machen wir direkt. Also nein, das sind jetzt keine Mods, aber können wir halt jetzt anwenden. Und das war ja für mich so ein Ding. Ich habe mich ja schon ein bisschen gewundert, wo die ganzen Sachen hin sind. Ich dachte, das wird vielleicht erst noch freigeschaltet. Nein, war nicht so. Aber jetzt geht es los. Beziehungsweise wir müssen hier mal gucken, ob wir hier für die Erzindustrie nicht schon wieder neue Produktionen haben. Nein, wir haben hier die Glasfabrik. Genau, die produziert auch. Muss man halt schauen. Man könnte dann hier oben zum Beispiel die Industrie erweitern mit den Fabriken oder so. Müssen wir halt mal schauen, wie das Platz, weil Platz, technisch haben wir natürlich hier jetzt nicht ganz so viel. Dann können da aber so ein paar Büros hin. Da könnte man ja jetzt sagen, okay, das sind die Büros von der Erzindustrie oder so. Das ist schon okay, dass man das so hat dann. Ja, dann bauen wir mal weiter hier unten. Genau, jetzt haben wir hier kein Wasser mehr, weil ich vermute mal, die nicht mehr genug abpumpt. Wenn wir die jetzt mal hier woanders hinstehen, da auch nicht mehr. Das ist echt ein Problem. So, gucken wir mal. Ne. Was wir schauen können, ist, dass wir modernere Pumpstationen nutzen. Beziehungsweise das Wasser recyceln. Hier zum Beispiel. Ne, das ist es nicht. Das haben wir noch nicht. Haben wir die noch nicht? Hier? Nee. Nee, nee, nee. Ich dachte, wir haben... Die kommen noch, ne? Bodenverschmutzung. Ich war der Meinung, Das ist welche gibt, die dem das Wasser wieder so zu direkt zurückführen. Also quasi, ähm... Ja, gut, die pumpen halt einfach mehr ab. Das macht ja keinen Sinn. Das wäre vielleicht eine Idee, so Wassertanks zu bauen. Wenn es mal an Wasser scheitert, die könnte man zum Beispiel hier oben auf den Berg mitsetzen. So, dann würden die gefüllt werden, wenn Wasser da ist. Und dann, äh... Könnte man das eben nutzen. Äh, ich meine jetzt so Anlagen, die das halt filtern und zurückführen. Das wäre eigentlich eine gute Sache. Die werden... Theoretisch müsste das funktionieren. Weil eigentlich haben wir ja genug Wasser. Wird halt nur nicht optimal abgepumpt. Also hier zum Beispiel die ist jetzt gerade außer Betrieb. Die schaltet halt immer hin und her. Ist hier noch irgendwie so ein Wasser? Wo kommt denn das ganze Wasser her? Sonst könnten wir hier halt einfach auch nochmal... Äh... Wasser produzieren. Einfach das abpumpen, was hier ist. Sozusagen als Lagerung. Das ist natürlich jetzt belastet. Wir können da hinten Wasser abbumpen, aber dann füllt sich das halt auch langsamer. Ja, das war's schon. Also so die großen Möglichkeiten haben wir nicht, ne? Jetzt ziehen wir auch das Wasser aus denen schon wieder zurück. Oh, nee, das geht nicht. Gut, dann müssen wir es halt so machen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Also Wasser hier oben abzupumpen. Halt als Dauerwasserlieferant. In der Hoffnung... ...dass der nicht mehr abpumpt, als nachkommt. Ah, wir werden das jetzt mal im Auge behalten. Sollte das aber mit dem Wasser auf jeden Fall passen. Jetzt muss ich erstmal alles... ...wieder regenerieren. Dann würde ich tatsächlich aber hier die eine wieder abreißen, weil... ...dann fließt das Wasser durch und lässt sich hier abpumpen. Anstatt gegenüber liegen. Und pumpt er das jetzt ab. Na, wir werden das ja sehen. Irgendwann würde die sonst im Wasser stehen. Auf jeden Fall wird das hier... ...ääh, auf jeden Fall mehr. Das heißt, wenn wir mal Arata-Probleme hätten, würde das da aufgesaugt werden. Okay, das war jetzt unplanmäßiger zwischen Einschub. Denn eigentlich wollte ich hier... ...die Straße fortführen. Was jetzt natürlich wiederum... ...naja... ...optimal mit Wasser wäre. Da kriegen sie nämlich jetzt eine schönere Straße. Hier draußen hoch. Da haben wir auch schon heute. So, das ist gut. So, dann haben wir hier oben. Da hatten wir ja gesagt, hier diese Straße. Sie kommt hier mit runter. Und da würde ich zum Beispiel sagen... ...also die bleibt erstmal normal. Die Straße würde ich auch... ...so, da gibt es eine kleine Ausgabenkaufsmöglichkeit oder was auch immer. Die Straße würde ich nicht durchführen. Und dann schauen wir mal, wie wir jetzt hier diesen Bereich füllen können. Wir machen das mal alles raus, außer den Winkel. Ich würde gerne hier... ...so rum an dem Park irgendwie vorbei. So. Ich habe keine Ahnung, wie das am Ende aussieht. Aber ich stelle es mir lustig vor. Also, nicht schlecht. Kann man doch einfach mal ausprobieren, oder? Dann bauen wir hier so Verbindungswege ein. Der Rest wird Wohngebiet. Und zwar schöne kleine, wie wir vorne haben. Das sind schon die Reiche. Was heißt Reiche? Aber die Einfamilienhaus... ...Dinger, so. Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Vororte. So. Das heißt, das können die auch bebauen, ja. Das wächst. Haben wir eigentlich so Dings schon? Ah, wir haben... ...Krematorien. Das ist wichtig. Die fehlen uns nämlich. Da brauchen wir direkt mal welche. Wir haben nämlich ganz viele Tote. Und wir müssen... ...schauen. Direkt neben das Altenheim. Okay. Da und da. Das ist erstmal für hier. Und dann brauchen wir hier unten natürlich auch noch eins oder zwei. Am besten mit direkt hier zum Friedhof. Dann wird das nämlich in den Griff bekommen. Sehr schön. Hier müssen wir übrigens mal gucken. Diese Straße ist natürlich auch nicht ideal mehr, weil die jetzt hier natürlich auch in die Stadt hinein so führt. Also das wäre auch eine Sache, da müsste man mal drüber nachdenken, ob man das dann so behält. Hier müssen wir übrigens die Wasserversorgung mal anpassen. Aber wie sieht es denn jetzt aus? Wasser haben wir ja immer noch. Naja. Wenn man nicht sicher, ob das steigt, können wir nicht irgendwie eine Markierung mal setzen? Weil wir hier nicht bauen können, eher nicht, ne? So, wenn das unter Wasser steht, dann steigt es. Das wird das mal irgendwie im Auge behalten können, ja? Dann wollte ich übrigens auch nochmal hier links machen. Gesamte Stadt... ...dingens. Genau, den Rest würde ich dann auch einzeln... Ja, das müssen wir noch mal gucken hier mit Nahverkehr und so. Revisiert bei jungen Erwachsenen Bildung über Arbeit, okay. Ja, das würde ich erst mal so lassen. So, und hier... ...blitzableiter in der gesamten Stadt. Weil wir haben nämlich Geld. Das lassen wir erst mal alles. Das können wir erst mal uns schenken, glaube ich. So, dann gucken wir mal, wie sich das auf unser Einnahmen-Dings auswirkt. Erst mal ins Minus. Hm. Irgendeins hat richtig reingeballert. Irgendein. Da müssen wir mal gucken. Also irgendeiner hat jetzt richtig reingeballert, wo ich nicht aufgepasst habe. Oh, das ist teuer. Das lassen wir mal. Das... Die Steueranahmen um 2% niedriger. Aber was haben die für Probleme jetzt hier? Boden ist verseucht. Hä? Oh, nein. Nein, 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 nein. Jetzt fließt das Abwasser wieder in den Fluss zurück. Oh, nee, ich werde verrückt. Oder das ist doch schon wieder das Abwasser. Oh, jetzt wird das schon wieder in den Kreis. Oh, nein. Jetzt sterben uns die Leute weg. Nein. So, hat dies aber aus. Jetzt werden die kriegen die erst mal sauberes Trinkwasser zurück. Das ist echt schlecht, ne? Das ist echt nicht gut. Also wir müssen unbedingt gucken, dass wir das Abwasser wegbekommen. Da kommt ja so viel raus. Alter Schwede. Puh. So richtig. Ja, doch, es steigt. Langsam, aber es steigt. Das ist doch optimal. So. Okay. Dann wären wir aber eigentlich schon wieder durch für heute. Jetzt müssen wir erstmal die Probleme, die sich jetzt hier angestaut haben mit den Toten und so. Ich denke, das lag eher auch daran, dass sie alles verseucht war. Aber wir haben ja jetzt ein Krematorium zusätzlich. Und der wird jetzt sich darum kümmern, dass das eben angegangen wird, das Problem. So. Bevor wir Schluss machen. Nein. Da gucken wir noch einmal in unser gesamtes System rein. Ja, okay. Da müssen wir jetzt schauen. Ich hoffe mal, dass sich das ausgeht. Wir könnten halt auch nochmal ein richtiges Krankenhaus dann gebrauchen. Das ist alles aber dann okay. Eine Feuerwehr würde ich gerne nochmal bauen. Das können wir eigentlich alles beim nächsten Mal umsetzen. Dann. Gefängnis wollte ich haben. Schulen ist wichtig. Grundschule. Ja, hier hinten in den neuen Bereichen müsste man schauen. Oberschulen haben wir ja auch zwei. Also das ist alles grenzwertig. Und nur Universität haben wir noch nicht. Und eine Bibliothek. Und Nahverkehr müssen wir hier auch anpassen. Das würde ich beim nächsten Mal gerne in Angriff nehmen. Und dann mal schauen. Wie es weiter geht. Sind die Reserven jetzt noch da? 62% ist halt die Frage. Bevor wir jetzt Schluss machen. Wie schnell steigt das oder sinkt das? Ne, es steigt noch, weil wir Überschuss haben. Okay, liebe Leute. Das war's mit City Skylines für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Gerne auch bei den letzten Folgen natürlich vorbeischauen, wenn ihr neu hier seid. Und ja, vielleicht lasst ihr sogar ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, weil ihr Bock drauf habt, auf unsere Abschlussfolgen, unser Abschlussprojekt zu City Skylines. Bevor es irgendwann mit City Skylines 2 weitergeht, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Bis dann, euer Kevin Zockt. Bye, bye.